Das Gilverola Resort liegt in Tossa dem A in Costa Brava. Das Gilverola Resort ist sehr beliebt unter den Gästen 98% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 315 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 5,7 von 6 Sonnen. Gastronomie Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 5,7 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Wer sich sportlich ausdoben möchte und ein gutes Unterhaltungsprogramm sucht, ist in diesem Hotel bestens aufgehoben. Die Gäste vergeben stolze 5,7 von 6 Sonnen. Zimmer Sauberkeit Häufiger Wäschewechsel Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.